Marques de Murietta. Allein der Name versetzt mich immer wieder in Verzückung. Die Weine der Finca Igay sind legendär und nicht nur die Gran Reserva ist eine der wirklich großen Weine der Rioja, auch die Reserva spielt in der allerersten Liga. Die typische Rioja-Cuvée wurde hauptsächlich aus Tempranillo erzeugt und 18 Monate im Bericht ausgebaut. Diese klassische Eleganz, gepaart mit schöner würziger Frucht, mit seidigen Gerbstoffen, dazu die feine Säure und die enorme Tiefe machen ihn zu einem wirklich großen Wein. Vielen Dank.